Er ist zurück aus der Steinzeit. Hier ist Flint! Inzwischen im Zeitbüro. Flint schlägt zurück. Er überwindet Zeit und Raum, um die Welt zu rennen. Immer bereit für die Gerechtigkeit reinzustehen. Flint Hammerhead! Juhu! Man könnte es fast schon als Nerdtum der Kindheit bezeichnen. Ja, Flint Hammerhead. Wer kennt es nicht? Wahrscheinlich viele, die zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen zu jung waren oder gar nicht existierten. Kann ja durchaus sein. Okay, dann möchte ich euch das Ganze kurz mal erklären. Also es ist eine recht simple Serie. Eine simple Pokémon-like Serie, nenne ich sie einfach mal. Ist auf diesen Sammeltrieb so ein bisschen... Das ist mit dem Licht hier gerade so ein bisschen doof. Auf diesen Sammeltrieb so ein bisschen gekommen. Und zwar folgendes. Wir haben eine... Hier. Eine... Tja, so eine Art Team Rocket, ne? Seht man so. Zwei Doofen und die Frau im Gepäck. Das war irgendwie in Japan sehr, sehr beliebt zu der Zeit. Irgendwie auch bei den Videospielen auch damals immer so dieses typische Duo, dass man zwei Doofen und eine Frau in eine Gruppe steckt. Und das sind dann so die Bösewichte, die ja dann letzten Endes nie die ultra... Die wahren Bösewichte sind, sondern eher so die Handlanger, die sich aber als ultra böse und wichtig empfinden. Und das kam dann immer zu so Slapsticks. Und diese sind eben in die Vergangenheit gereist, um ein besonderes Tierchen, ich weiß gar nicht mehr, wie man die genannt hat, um ein besonderes Magiewesen zu finden in der Steinzeit, weil so Dinos rumlaufen und so. Und ja, tun sie halt immer diese Wesen dann versteinern und holen sie dann, gehen dann zurück in die Zukunft wieder und suchen sie in ihrer Zeit an dieser Stelle, suchen sie dann dieses Ei oder was es auch immer wird und versuchen das dann zu, ja, wie nennt man das nochmal? Entversteinern. Ähm, Entsteinern. Keine Ahnung. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? So wie ein Archäologe quasi so seine prähistorischen Knochen und so weiter sucht. So suchen die eben halt das und tun das dann wieder halt rückgängig machen, dass das Viech dann wieder lebt. Und diese Viechersäulen, die haben dann halt besondere, ja, Fähigkeiten, sage ich mal. Wären bösartig vor allem, wenn sie bei Bösen sind und mächtig und stark und was weiß ich. Und der Hauptchef, glaube ich, oder so war das, der wollte halt diese ganzen Wesen sammeln und die hätten dann irgendwas ganz Besonderes gemacht. Die hätten ihn dann zu Weltherrschaft gebracht oder sowas, weil die ja so mächtig sind. Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Irgendwie sowas war der Plot. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es eben einen kleinen Höhlenmenschenjungen mit seinem Vater, der eigentlich noch ein ziemlich normaler Höhlenmensch ist zu dem Zeitpunkt. Und die beiden werden irgendwie versteinert von diesem Strahl, der auch dieses kleine Viech hier, oder ja doch, dieses kleine Viech hier versteinert. Werden die zwei auch versteinert. Und der Junge wird irgendwann in der Zukunft bei einem Professor, sowas wie Professor Eich nenne ich es jetzt einfach mal, wird der wieder entsteinert. Aber der Vater, ja, der schafft es leider nicht so ganz. Den kriegt er nicht mehr hin, richtig zu entsteinern. Aber er nimmt dann einfach diese Steinform und macht ihm dann so, gibt ihm so eine besondere Fähigkeit. Und der Steinklotz kann halt trotzdem reden. Und das ist quasi Vater und Sohn. Und die zwei sind eben dann auf der Durchreise. Die fangen, das ist total willkürlich, die leben dann in der neuen Welt und sagen sich dann halt, hm, wir wollen nicht zurück in unsere Welt so oder so, sondern sind einfach so der Meinung, ja komm, jetzt sind wir halt hier und jetzt machen wir halt das Beste draus, ne. So. Und dann haben wir hier die zwei anderen Hauptcharaktere. Einmal das Mädel und einmal der Junge. Die sind auch regelmäßig beim Prof. Und der Prof, ja, der sagt dann irgendwann mal, hey, du musst die da aufhalten, ne, und so weiter. Und, ja, darauf beschließt er dann halt, also unser Flint hier, so heißt er nämlich. Flint versucht, er wird dann eben Zeitdetektiv und reist dann eben durch die Zeit zu bestimmten besonderen Orten, auch so mit unter anderem besonderen Leuten, wie zum Beispiel Galileo Galilei und so weiter. Also auch so ein bisschen geschichtsträchtlich, sag ich mal. Ähm, und, ähm, die finden dann immer halt solche, also die haben dann immer so, ähm, Helferviecher hier in diesen Zeiten meist, diese besonderen Leute und, äh, die werden dann von dem Bösen entführt und werden dann böse und dann müssen sie irgendwie mit ihren gesammelten Viecher, die sie da haben, gegen die antreten. Ähm, ja. Warum hab ich das? Es klingt nicht sehr spannend, ne. Okay, Leute, ich sag's so. Flint Hammerhead mag nicht den Ultraplot der Welt haben, ja. Aber, was es einmal hat, ist ein verdammt blöder Ohrwurm, eben im Opening, im deutschen Opening vor allem. Äh, und zum Zweiten, und zwar nicht der Grund, und zum Zweiten die wohl absolut lustigste deutsche Synchro ever made. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, da wo das rauskam zu der Zeit, da hat irgendwie die, der deutsche Markt versucht, Kinderserien so hip und neuer wie nur möglich darzustellen, ja. Und was ist, äh, war, was war damals nicht hipper als die Hip-Sprache, ja. Und wie geht die Hip-Sprache, das hat keiner so richtig gewusst, aber die Leute, die das hier produziert haben, haben sich scheinbar gesagt, wir wissen aber, was hip ist, und die labern die ganze Zeit so. 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 Und wie, äh, hat sich das letzten Endes angehört? Das war ungefähr so nach dem Motto, ähm, ey, äh, lass mal, lass mal das Zeug rüberwachsen hier. Äh, lass mal das Essen rüberwachsen, ey, und ey, alles fluffig bei dir, und so. Oh, das hörst du von einem Höhlenmenschen, der gefühlte tausend Jahre, oder mehr, äh, hundert Millionen Jahre, was weiß ich, ähm, im Stein gefangen war, ist in der Neuzeit, übrigens muss man auch dazu sagen, äh, die können ja durch Zeit reisen und so weiter, das ist wirklich so eine futuristische Welt, wo sie, äh, so wie man es sich immer vorstellt, wo sie dann auf, ähm, quasi sich nur auf dem Laufband stellen, stellen und stehen, und dann zur Schule quasi so per Laufband befördert werden und in so dicken Röhren und die Autos fliegen durch die Gegend und so weiter und so fort. Also, so, das ist diese Zukunftswelt eben, in der Flint und sein Vater da reinkommen und die fangen an, die, den übelsten, hippen Sprachgebrauch da zu verwenden, als wär's, als hätten sie schon immer so geredet, ja, und, ähm, ey, ist ja voll fluffig, dein Knuddelt, bam, und ich hab keine Ahnung, was die da alles noch für ein, für einen, für einen komischen Käse da geredet haben, das ist, äh, und das ist herrlich, das ist so lustig, denen zuzuhören beim, 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 beim Geschwätz, das ist herrlich. Und deswegen hab ich mir gedacht, oh, es wär so cool, mal diese ganzen, vor allem, ist halt auch wirklich wieder meine Kindheitserinnerung, es wär so geil, diese ganze, äh, diese ganze Reihe irgendwo im Zimmer zu haben, hab im Internet gesucht, überall, und dann ist mir aufgefallen, diese, ist mir diese DVD aufgefallen, und ich merk so, oh, da steht eins, das heißt, es gibt noch mehrere, und dann, äh, das ruhig ist drauf, hm, drei Episoden, ne, das ist schon ein bisschen wenig, aber, naja, was soll's, äh, nehm ich mir einfach mal, vielleicht hat's ja nur wenige Episoden, dann passt das ja, tja, und was war, Flint Hammerhead wurde quasi einmal hier, es gab eine DVD dazu, na, komm, hier auf, also nur diese DVD, und damit war's auch schon, also, ernsthaft, das ist die einzige DVD, die es gibt, ja, die allereinzige DVD, die es gibt, davon, ziemlich öden, schnöden Cover, also, quasi wie das Cover an sich schon, und wir sehen auch gleich hier, die haben nicht wirklich, äh, vorgehabt, großartig, äh, Anime-Sachen zu lizenzieren, außer vielleicht Power Rangers, was noch in so eine Richtung ging, oder Marina, Mary und Frau, ich glaub, das sieht auch nach einem Anime aus, irgendwie, aber ich kann's jetzt nicht beurteilen, ähm, auf jeden Fall, ja, ja, Flint Hammerhead gibt's halt nur auf einer DVD, also nur Volume 1, nur, ähm, drei Episoden, ja, und das war's, kann man jetzt halten, von was man will, ich fand's ein bisschen schade, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gesehen, ich hab mich immer gefragt, warum man im Internet keine deutschen, äh, ja, deutschen Rips oder so findet, irgendwo mal auf MyVideo, YouTube oder sonst wo, ähm, das lag einfach daran, dass es nur drei Episoden gibt, und dass es keiner hochgeladen hat, so, ne, und ich habe diese, 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 ähm, diese DVD hier, und, naja, was soll ich dazu sagen, was soll ich dazu sagen, ich find's halt wirklich schade, dass es nur die gibt, aber, nein, so ist das eben, und manchmal, da wird es Regen geben, so, das wär's soweit, von hier, ich weiß noch nicht, in welche Kategorie das steck, wird man mal schauen, muss ich's dann noch am ehesten rein posten, wenn euch das Ganze gefallen hat, ein Däumchen hoch, kann niemandem schaden, und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Tag, bis dahin, euer René von der Mason Manga, Flint Hammerhead, over and out!